Hallo zusammen, ich bin der Ray, ich bin im ersten Lehrjahr als Koch hier in der Zollinger Stiftung. Kommt mal, ich zeige euch, was ich am Alltag mache. Wir in der Zollinger Stiftung möchten unsere Bewohner und Gäste mit Essen und Kreationen täglich eine Freude bereiten. Das A und O in der Küche ist die Heimarbeit und die Freude an den Lebensmitteln. In meiner Ausbildung werde ich alles von Fleisch, Gemüse und Dessert zu tun. Am meisten gefällt mir, neue Sachen auszuprobieren und verschiedene Geschmacken zu entdecken. So, jetzt haben wir mein Alltag gesehen. Wenn es euch gefallen hat, dann bewerben euch doch. bis zum nächsten mal. Untertitelung. BR 2018